Hallo, heute wieder zu unserem Immo-Talk, wieder mit Christian und mit mir. Heute haben wir ein ganz interessantes Thema, das ich aus dem Zeitungsartikel von Think Immo rausgenommen habe und auch schon ein Video gemacht habe vor ein bis zwei Wochen. In dem Artikel geht es darum, dass viel mehr Immos angeboten werden und dass sich die Preise nach unten orientieren. Und jetzt war einfach die Frage an einen Fachmann, wie in Christian stimmt das oder wie siehst du die ganze Lage? Ja, hallo zusammen erstmal. Ja Daniel, es ist in der Tat ein sehr spannender Artikel. Wir haben ihn schon einmal kurz zusammen angeschaut und ein bisschen darüber gesprochen. Also der Fokus in dem Artikel liegt auf der Anzahl der zum Verkauf stehenden Immobilien in den Portalen und auf der Anzahl der Immobilien, bei denen der Verkaufspreis mindestens einmal reduziert wurde. Und da gibt es jetzt in dem Artikel wirklich sehr spannende Statistiken und Erkenntnisse. Ich würde sagen, schauen wir uns den Artikel einfach mal an. Ich habe ihn hier ausgedruckt, weil ich finde ihn wirklich gut. Man muss wissen, die Datengrundlage sind hier 48 Portale. Also das halten wir durchaus für aussagekräftig. Und es sind spannenderweise auch Statistiken drin. So, wir haben eine Statistik mal hier. Das heißt, wir haben eine Entwicklung, also wir haben echt eine unglaubliche Dynamik im Markt. Wenn wir jetzt schauen, hier 26.05. vergleicht zu 20.11. 26.05. hatten wir in allen Portalen 182.856 Immobilien, die angeboten werden. Und am 20.11. haben wir jetzt 301.758. Das sind mal auf die schnelle 65% Steigerung. So, jetzt ist natürlich die Frage, an was liegt das? Das wirst du uns jetzt sicherlich sagen. Ein Grund ist definitiv, und das steht hier auch in dem Artikel schön beschrieben, mehr Inserate kommen online, weil sie off-market nicht mehr über die Ladentheke gehen. Und gleichzeitig bleiben sie viel länger online. So, was heißt das? Es ist nicht mehr so einfach, die Immobilie selber zu verkaufen. Deshalb gehen jetzt auch immer mehr Menschen zu Marklern, zu Profis, lassen die vermarkten. Und zum anderen, dass diese Preise, die wir vor einem Jahr aufrufen konnten, nicht mehr realisierbar sind. Das ist dann der Grund, warum die länger online bleiben. Ja, natürlich, klar, weil es gibt mehr und die Zinsen sind gestiegen, alles, Finanzierungen, das Thema, werden wir noch haben. Es ist nicht mehr so einfach. Ja, und deshalb haben wir einfach diese unglaubliche Dynamik im Markt. Und ja, finde ich eine sehr spannende Strategie. Schon krass, ja. Fast 65% ist schon einiges. Ja, und wenn wir uns jetzt hier mal die nächste anschauen. So, jetzt gibt es hier noch eine Statistik, Anzahl Häuser und Wohnungen auf Sink-Immo. So, bei Wohnungen haben wir eine Steigerung von 62.795 auf 114.790. Und bei Häusern von 120.000 auf 186.968. Also das ist mal, ja, ein Wachstum bei Häusern von 75,73%. Ja, und das ist schon, ja, sehr ordentlich, also da tut sich einiges. Und ja, die dritte Statistik haben wir hier. Das ist eine Anzahl der Immobilien auf dem Markt, wo der Preis mindestens einmal reduziert wurde. Ja, und wenn wir jetzt hier schauen, bei Wohnungen waren es am 26.05. noch 4.664, wo der Preis einmal reduziert wurde. Und am 20.11. waren es dann 13.000. Ja, und bei Häusern von 5.542 auf über 13.000. Also 13.453. Also das zur Einzelbetrachtung Häuser und Wohnungen. Ja, und wenn wir uns jetzt den Artikel noch weiter anschauen, also bei Wohnungen bedeutet das ein Anstieg von 82% der Preisreduzierten. Ja, und ja, sehr spannend. Das ist natürlich die Frage, was zieht man für eine Erkenntnis, für ein Fazit daraus. Das wollte ich jetzt gerade sagen, ist dann das Fazit tatsächlich, dass sich die Preise nach unten begeben? Oder ist es nicht so? Nach der Statistik ist es ja so, oder? Ja, also das Fazit ist definitiv Punkt 1, dass wir einen Wandel haben, vom Verkäufermarkt zum Käufermarkt. Weil immer mehr Immobilien da sind für teilweise immer weniger Käufer oder weniger Käufer. Weil einfach durch die gestiegenen Zinsen, das für manche jetzt so nicht mehr realisierbar ist, wie sie sich das gern gewünscht hätten. Und zum anderen natürlich dadurch, dass immer mehr auf dem Markt ist und länger am Markt bleibt. Natürlich die wenigen Käufer, die da sind, eine bessere Verhandlungsbasis haben wie vorher. Ja, das Fazit 2 ist, warum, oder dass der richtige Preis wichtiger ist denn je. Das heißt, diese Preise nochmal vom letzten Jahr im Sommer sind so jetzt nicht mehr möglich. Ja, deshalb ist es wichtig, dass man den richtigen Preis wählt, wenn man in die Vermarktung geht. Wenn man nicht möchte, dass seine Immobilie dann verbrennt oder zum Ladenhüter wird. Aber was ich mir auch aufgeschrieben habe, also das ist meine persönliche Meinung, man muss die Geschichte immer regional betrachten. Also ich kann das jetzt nicht global sagen oder für ganz Deutschland sagen. Natürlich haben wir Preisreduktionen oder Preisstagnationen in vielen Teilen unserer Republik. Aber ich sage mal, wir haben in Bayern eine relativ hohe Kaufkraft. Und dann in Bayern selber, jetzt in Städte wie in München oder so, natürlich nochmal eine höhere Kaufkraft. Aber es gibt durchaus Regionen oder auch in Münden, wo man sieht, dass diese Preise so nicht mehr zu erzielen sind. Also ich habe ja Think Immo angeschrieben, ob das vielleicht auch regional betrachtet werden kann. Darauf haben sie gesagt, sie werden einmal schauen, ob sie da eine Statistik hinkriegen. Also wenn das natürlich dann für euch Zuhörer auch interessant wäre, wie es regional ausschaut, dann liked einfach das Video auch und dann können wir vielleicht darüber auch nochmal ein Video machen, wie es regional ausschaut. Weil ich denke, das wird sicherlich jedem was bringen und auch interessant sein. Es ist sehr spannend. Und nochmal, das regionale Thema finde ich einfach auch total wichtig. Ja, weil in den Medien kommt es ja immer so rüber, als wäre das jetzt überall so, dass es fällt, dass es steigt. Man darf es nicht so pauschalisieren, finde ich. Okay, super. Ja, und was jetzt nicht in dem Artikel ist, aber in einem anderen Artikel war, dass mittlerweile halt viel mehr über Makler verkauft wird, wie vorher. Weil es nicht mehr so einfach ist und weil eine professionelle Vermarktung natürlich auch Geld und Zeit kostet. Und deshalb wählen wir immer mehr den Weg zum Makler. Okay, danke Christian. Sehr gerne. Für deine Einschätzung. Danke.